Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Bürger hier im Saal und zu Hause. Die CDU-Fraktion möchte angelehnt an das Monitoring auf Bundesebene, nun auch hier in NRW, die Energiewende messen, protokollieren und auswerten. Die erneuerbaren Energien will Herr Kluven aus dem Biotop der Subvention führen und wir hätten uns gewünscht, dass dies an anderer Stelle längst geschehen wäre. Herr Schmelzer beklagt die falsche Ausrichtung, also lassen Sie uns einfach über die Ausrichtung reden, den Antrag anpassen und umsetzen. Mir ist ziemlich egal, ob Sie aus diesem Antrag mal wieder parteipolitisches Geplänkel machen. Sie sehen die Sache dabei nicht, es stört mich einfach. Wir würden gerne einfach nur das Gute aus diesem Antrag ziehen, denn es gibt es. Diesen Antrag weiter bearbeiten, belegen, verbessern und dann verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Dündersort. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.